Das ist ein kaputtes Gerät. Nein, du sollst nach links. Ich frage mich, ob das im echten Leben auch mit einem Panzer passiert, wenn er versucht, einen Berg runterzufahren und dabei zu lenken. Okay, die Mechanik von meinem Panzer ist... Ah, hier ist ja alles im Arsch, ey. Bleiben wir besser hier stehen. Autsch. Kampfunfähig gemacht und mich hat er zerstört. Aber ich kann natürlich... Zwei Panzer, ein bisschen viel. Bei G steht noch einer rum. Ja. Da läuft jetzt alles immer rechts. Okay, da ist die Kugel zu langsam. Zu kurz. Was hättest ich mal? Ich muss mich mal fragen, als hätte ich drin gesessen. Hallo? Ich frage mich, ob sie diese Bugs da absichtlich reinmachen, damit man Battlefield 4 spielt. Also, wenn es rauskommt. Ok, die können zu mir... Ok, das ist los. Um... 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 wo ging das jetzt aber in der tat sehr merkwürdig ist einfach so zwischendrin mal das bild hängt das lew hat mir 70 schaden reingedrückt mit einmal schießen klar da war es schon wieder bild hat total gehangen normalerweise hätte ich doch noch so ein zwei schuss vertragen also es ist so ist Warum zur Hölle wurde ich von dem gekillt? Also einfach umfallen gehört, glaube ich, nicht zur Spielemechanik. Wow! Massive Steering! Wollten die unbedingt, dass ich da reingehe? Wir haben ein freundliches Fahrzeuggebiet gemacht, so das Gebiet gesichert. Wollten Sie, dass ich da reingehe? Es wird noch ein Garnix geben. Ignoriere ich einfach mal das ganze Ruckeln. Ich mein, Tearing recht unschön, aber... Das ist Ruckeln, was ich hier hab. Kein Tearing. Und das mit ner super Ping. Wir haben uns jetzt den verdammten Panzer zerstört. Das will ich nicht einfach so hinnehmen. Ich will jetzt G wieder haben. Ich will nicht, will nicht, will nicht, will nicht, will nicht, will. Werden da bleiben wir hängen? Oh, wir bleiben nicht hängen. Oh, wir bleiben nicht hängen. Bei dem Ruckel hab ich den noch getroffen. Yay. Von so nem Noob erschossen, der so scheiße fliegen kann. Ja, bitte benutzt ihn mal das da. Okay, wird auch schon benutzt. Okay, der will hier nur rumstehen und... Nehme ich mit in den Panzer. Der mal wieder laggy ist. Willst du mitfahren? Hallo? Treff ich überhaupt nicht? Nehme ich mit. Okay, der ist da. Ja, 93 Grad Drehung. Juhu. Vorsicht, Zerkasmus. Einfach mal auf gut Glück ins Blaue schießen. Ich bin so'n komisches. aaaaaaaii das funktioniert aber auch gar nix bleib stehen BAM alles blinkt eieiei wendig wie eine Karotte was ist dieses komische klickern da im Hintergrund Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020